Es war natürlich auch für uns gestern erst mal ein Tag, wo man einiges verarbeiten musste, aber wenn man wieder auf dem Trainingsplatz steht und dann wieder über Duisburg spricht, dann ist einfach ganz klar der Fokus darauf, weil wir wissen, dass wir aus der Situation rauskommen müssen und dann geht es auch Gott sei Dank relativ schnell, dass wir alle dann haben. Profis sind uns voll auf das Spiel am Sonntag konzentrieren. Wie war denn der erste Eindruck von dir, von der Mannschaft, vom neuen Trainer? Ja, ich glaube, er ist ein sehr, sehr positiver Typ. Wir haben direkt so ein bisschen ein paar spielerische Elemente mit reingebracht im Training gestern, einfach auch so ein bisschen, dass er die Mannschaft kennenlernt. Es war direkt Zug drin, jeder wollte sich anbieten und das ist der richtige Weg. Abonnieren! Abonnieren! Abonnieren!